Ich lerne Deutsch. Nummer 12082 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Unsere persönliche Situation hat sich deutlich verbessert. Unsere persönliche Situation hat sich deutlich verbessert. Motivation ist wie ein Regenschirm an einem stürmischen Tag. Motivation ist wie ein Regenschirm an einem stürmischen Tag. Halte ihn fest und halte durch. Motivation ist wie ein Regenschirm an einem stürmischen Tag. Halte ihn fest und halte durch. Die Großeltern freuen sich, wenn sie von ihren Enkelkindern einen Videoanruf erhalten. Die Großeltern freuen sich, wenn sie von ihren Enkelkindern einen Videoanruf erhalten. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. So etwas habe ich vorher noch nie gesehen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. So etwas habe ich vorher noch nie gesehen. So etwas habe ich vorher noch nie gesehen. Der Preis ist mir egal. Ich liebe Designerkleidung. Der Preis ist mir egal. Ich liebe Designerkleidung. Anna trägt eine Biokosmetikmaske mit einem Pinsel auf ihre Haut auf. Anna trägt eine Biokosmetikmaske mit einem Pinsel auf ihre Haut auf. Am besten hältst du die Bürste mit der rechten Hand. Mit der linken Hand nimmst du den Föhn. Am besten hältst du die Bürste mit der rechten Hand. Mit der linken Hand nimmst du den Föhn. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich bin gleich. Um das ist mir erstmalig und beschädigert. Ich werde mich selbst'm. Du bist den Föhn. Ich werde mich selbst machen. Aber ich bin einfach schon. Ich werde mich selbst mal für dich machen. Also schaue ich mir langsam. Einfaches Schaue sex. Vielen Dank.